Wie bist du darauf gekommen, Pivo zu entwickeln? Der erste Prototyp war inspiriert durch den Kuchen-Timer. Wir brauchen ein Gerät, um es zu rotieren. Was ist, wenn wir ein Smartphone auf den Kuchen-Timer legen? Aber es dauerte so lange, 30 Minuten. Wir haben ein Gerät, um etwas schneller zu entwickeln. Wir haben eine kleine Kuchen-Timer, aber später eine Motorized-Timer. Wir haben eine Motorized-Trim-Trim-Trim-Trim-Trim-Trim-Trim-Trim-Trim-Trim-Trim-Trim-Trim-Trim-Trim-Trim-Trim-Trim. Und später haben wir einen Smartphone-Trim-Trim-Trim-Trim. Es dauerte nur eine Woche. Aber es dauerte 3 Jahre, um ein eigenes Produkt zu entwickeln. Aber ich ging mehr als 30 Mal nach China. Ja, das war schon lange vor. 2005 habe ich Kenia besitzt. Es war unglaublich. Es war großartig. 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 Aber es war sehr schwierig. Es gab keine Technologien. Ich hatte nur 1 Megapixel. Jetzt haben wir mehr als 10 Megapixel. Ich habe eine Vision, was ich, wenn ich die ganze Sache mit meinen Freunden und mit meinen Freunden und den Konten zu sharen habe. Das war die Motivation, um diese Immersive-Media zu lösen. Für wen ist der Pivot gemacht? In 2018, wir haben eine Kickstarter-Kampagne. Aber vor dem, wir haben die Realistin-Market gesetzt. Und wir haben gelernt, dass sie mehr als 360-Virtual-Tour Sie wollen eine Video- und Social-Media-Marketing-Kontent. Und wir haben also eine Kickstarter-Kampagne gesetzt. Und wir haben gelernt, wir haben über 2 Millionen Dollar in Kickstarter und Indiegogo in Kickstarter und Indiegogo. Und dann, von all diesen Backers, wir haben gelernt, dass es so viele andere Use-Cases gibt. Jetzt haben wir mehr als 100 Use-Cases. So von all diesen Realisten-Kontenten wir haben gelernt, dass es so viele verschiedene Möglichkeiten die Menschen wollen, die Menschen zu nutzen, um die Konten zu machen. So jetzt, wir haben jetzt Horseriders, Doctors, Lawyers, Instagrammers, Teachers, Real Estate Agents, Inspection Companies. So, 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 you know, there are 4 Apps für both Consumer-Sense-Sensivitäten. So, but, I think we are successful in terms of making an App-enabled Hardware affordable and accessible for people to do beyond they were used to, they were able to do before. Wie verwendest du den Pivo? I love, I love to capture this, like my journey, you know. So when I travel, I bring my Pivo, I capture myself in the panorama as I wanted, like long time ago. And at the same time, I capture the spaces using the Pivo to as a like 3D tour. So that like a, you know, Google Street View, but your own Google Street View. and also, I use it for video meeting, so that I can, you know, walk around and show what I experience with my family. It's quite cool. There are so many different ways. Worauf bist du besonders stolz? Yeah, I think the people who actually deliver all these products, you know, our team, we are, I'm proud of my team. We, now we have more than 100, 100 people from 25 nationalities spread into, spread in eight countries. Because we are, you know, I'm proud of my team because we move fast, flexible and listen to customers. So that we have delivered all these new features, new apps, you know, people wants and we developed, you know, more than four apps around Pivo. So Pivo can do, you know, video call, live streaming, 3D content creation, you know, they can do, they can meet, they can communicate better, they can create interesting contents for their social media. So, now we are solving, you know, many aspects of capturing people and world around. So, I believe that the people is the, our team is the most powerful thing in our company. Thank you for the interview Kim.